Es gibt mir eine neue Folge von MindCity3. Heute stelle ich mal Pizza Kings, ja, Pizza-Tempel, beziehungsweise Grundstück vor. Der hat ja irgendwie alles hier gebaut. Ja, hier bin ich. Ich zeige mich mal eben. Hallo liebe Leute. So, ja, hier gucken wir mal ein bisschen rüber. Ich weiß, der Easy-Game hat dir auch schon einiges vorgestellt, weil hier waren ein paar rote Balken. Aber wir schauen auch noch mal kurz einmal hier rüber, weil ich möchte das jetzt nicht ungesehen lassen. Das sieht ja natürlich auch episch aus und Pizza King kennt man ja schon lange. Ja, süße Autos auf jeden Fall. Wir gucken mal kurz, was er hier so angestellt hat. Das ist wahrscheinlich sein Pizza-Tempel, natürlich. Okay, schnappen wir uns mal eben schnell eine Pizza. Guck mal, der Pizza-Bäcker ist ja cool. Er kann ja schon richtig seinen Mund bewegen. Ah, er guckt zu, wie die Pizza verbrennt. So muss das sein auf jeden Fall. Schön. Ja, die WC ist wahrscheinlich. Ja, ist so ein kleiner, süßer Pizza-Tempel. Kann man auf jeden Fall machen. Vor allen Dingen immer dieselben Farben. Daran erkennt man sofort, ist es Easy-Gamers Pizza-Tempel. Äh, Easy-Gamers, äh, ähm, äh, Pizza Kings Pizza-Tempel. Und was ist da mal hier für eine grüne Gurke? Was steht da dran? Umweltschutzbehörde. Alles klar. Wer bist du? Marta Quadrata. Info-Schalter. Alles klar. Hallo Info-Schalter. Heißen Sie Info-Schalter? Okay, ist ein sehr schöner Name. Gibt es hier einen Aufzug oder was? Ah, guckt euch das mal. Hier kann man in die einzelnen Etagen rein oder was? Labor. Alter. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Er hat hier so ein Labor gebaut. Er züchtet hier bestimmt irgendwelche Pflanzen für Pizzen. Was steht da? Gesunde Baumsetzlinge. Alles klar. Äh, nach einer Woche vom Schadstoff verunreinigenden Pflanzen. Oh, cool. Auch das sieht cool aus. Als würde das wie so eine Sprinkleranlage so ein bisschen, ne? Hat da abgefahren, was du alles hier baust. Vor allen Dingen auf so welche Ideen zu kommen allein schon. Ey, nein, ich habe eine Abteilung vergessen. Äh, ich wehre mich. Lass mich da hin. Äh, Konferenzraum. Alles klar. Konferenzraum. Okay. Ah, die sind alle in der Mittagspause. Hier hält keiner heute gerade eine Konferenz. Okay. Was haben wir hier? Äh, what the fuck? Wer bist du denn? Chef. Ach, ich wollte sagen, der sieht so aus wie ich. Alles klar. Bester Chef. Nur am Meckern hier. Ja, sitzen alle vor ihren PCs. Okay. Das hat Easy Game auch schon gezeigt. habe ich gesehen in seiner Folge. Gut. Deswegen weiß ich, was ein bisschen auf mich zukommt. Was haben wir hier? Ach, hier mit dem Whirlpool. Hier, der eine, der schwänzt, der chillt erstmal hier oben anstatt zu arbeiten. Ah, der macht es auf jeden Fall richtig. Uh. Schickes Haus hier. Die Umweltbehörde. Überhaupt. Die Gegend finde ich gut. Das erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht, an Florida an. Irgendwas erinnert mich das hier. Die ganze Ecke hier mit den Straßen und den Palmen. Das sieht sehr gut aus. Hier haben wir auch noch so ein fettes Haus. Ob wir da schon mal reingehen können? Was ist denn das eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh ja, das ist ein Haus, sehr gut gefüllt. Muss aber nicht, muss aber echt nicht gefüllt sein, weil das ein sehr großes Haus ist. Und ich sage ja, große Häuser müssen nicht unbedingt fertiggestellt werden. Also von innen, von außen natürlich, ja. Ich weiß nicht, was es ist. Pizza King, was ist das hier? Was ist das Schwarz hier? Von der NSA oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dein Grundstück beschützt wird von Dieter, dem Security Chef. Ist das nicht Dieter? Hey Dieter, alles klar bei dir? Ach so, du hast heute schon drei Bomben abgeworfen. Über Main City. Ah, okay. Dieter Security. Ach ja, okay. Schon geil gemacht irgendwie Dieter Security, Alter. Auf so eine Idee erstmal zu kommen. Respekt. Ach, noch ein Dieter Security. Ach, das sind alles Dieters. Wer ist hier? Andreas, halt, stopp, egal. Dieter Security. Wer ist denn eigentlich Dieter? Ich habe keine Ahnung. Pizza King, wer ist Dieter? Auf jeden Fall richtig schön. in deine Ecke. Fliegen wir mal weiter weg. Du bist ja ganz am Ende gewesen. Da hast du auf jeden Fall dich schön ausgebreitet. Das habe ich schon mal vorgestellt. Wut. Ugh. Weg damit. So, ich finde den Zaun übrigens geil, Leute. Das wollte ich euch nochmal sagen. Der Zaun, immer wenn ich hier lang fliege, denke ich, boah, der sieht echt geil aus. Guck dir das mal. Der sieht total geil aus, ey. Ich würde selber so einen Zaun so bauen, in dem Style. Voll detailliert. Nur für so einen Zaun, äh, Zaun. Für so eine Mauer oder so. Sehr gut gemacht. Was haben wir denn hier? What the fuck? Wieder zwei Balken. Einrichtung fehlt noch. Louis LP. Okay. Kein Problem. Screen Fun. Easy Gamer. Alter, du hast mich falsch geschrieben. Du hast mich falsch geschrieben. Da fehlt nur ein E. Ich bin beleidigt. Louis LP. Du bist doch schon länger dabei. Guck genau, wie ich heiße. Guck bitte genau, wie ich heiße. Okay. Gehen wir mal rein in diese kleine Hütte. Also, in eine Richtung fehlt. Alles klar. Hast ja gesagt. Ja, dann kann ich ja nicht allzu viel zeigen. Ähm. Ja, macht nichts. Dann kann man es auf jeden Fall von außen zeigen. Ja. Grundstück. Ja, wenn du so ein großes Grundstück nimmst, dann musst du das vielleicht auch versuchen, so ein bisschen mehr auszufüllen. Guck mal, so viel Platz ist hier noch frei, Louis LP. Aber naja. Kann man auf jeden Fall machen. So, was haben wir denn hier hinten? Alter, Pizza hat das da hier. Ach, ich verstehe. Das ist der KFC, den Easy Gamer vorgestellt hat. Aber ich soll, ich soll den vorstellen. Wurde mir gesagt. So, Kentucky Fried Chicken. Dann machen wir das mal eben. Ah, Oli the Lord war das. Ja, Oli the Lord baute hier richtig eine Fressmeile. Mit Pizza hat die auch noch in der Nähe. Leute, läuft bei ihm, ne? KFC, einer meiner Lieblingsläden. Mal gucken, ob du auch mein Lieblingsmenü hier hier stehen hast. Okay. Macht ja nichts. Ist nicht so detailliert, aber egal. Hauptsache, ich kriege hier mein Essen. Tische sind gut gemacht. Das kann man auf jeden Fall so machen. Auch farblich. Sehr schön gemacht. Kommt man auch in die Küche rein? Habe ich jetzt den Weg verpasst, hier in die Küche zu kommen? Gibt es hier eine Toilette? Ich müsste mal meine Hähnchenkeulen auswringen. Oder meine Hähnchenkeule auswringen. Oh Gott. Was erzähle ich wieder hier bitte? Mitarbeiter. Mitarbeiter, die dürfen hier lang gehen. Die kriegen so einen schönen Weg, die Mitarbeiter. Wo geht es denn dann hin? Ah, hier geht es in die Küche. Hä, what the fuck ist das denn? Ach, okay. Das ist vorne. Ja, okay. Hier ist der Küchenbereich. Jetzt raffe ich das erst, was das genau ist. Fritteuse. Leider falsch geschrieben. Hier ist es ein bisschen zu dunkel. Okay. Die Geräte sind ja ganz gut aus. Was hast du hier? Zutaten? Okay. Burgeraufbau. Aufbaustation. Okay. Hier muss auf jeden Fall mehr Licht rein, da Olli Selort. Da machen wir mal einen Glowstorm rein oder so. Lager. Alter, das sieht geil aus. Oh. Was ein Lager. Puh. Das sieht mal heftig aus. Auch mit der Säule auch cool gemacht. Überhaupt das ganze Lager. Jetzt sag mir nicht, hier ist überall was drin. Ne. Muss ja auch nicht. Aber, Alter. Was ist das bitteschön für ein ganzes XXL-Lager? Puh. Geil. Geil, geil, geil. Ach, hier kommt man nach vorne. Guten Tag. Was wünschen Sie? Ja, ein paar Hähnchenknochen haben wir heute umsonst im Angebot. Das Fleisch ist leider nicht mehr dran. Also Sie können Hähnchenknochen lutschen. Geht doch auch klar, ne? Aber ich habe kein WC gefunden. Keine Toilette. Wo kann man denn hier auf Toilette gehen? Der ist noch nicht fertig, der Pizza hat, ne? Auch gut gemacht. Sieht echt schön aus. Schöne Ecke hier. Toll. Was ist denn da hinten für ein roter Balken? War das der, wo ich gerade war? Ne, das ist ein anderer roter Balken. Autohaus. Zeig mal. Nein, das habe ich schon aufgenommen. Da war ich schon drinnen. Bitte meine Folgen gucken. Da sieht man mal, dass die Leute meine Folgen ab und zu nicht gucken. Die müsst ihr schon gucken, wenn ihr eure Sachen sehen möchtet, Leute. Aber hier ist auch noch ein roter Balken, oder was ist das? Ne, gar nicht. Da links ist was. Hier ist was. Okay, was ist denn das hier eigentlich? Ein Spielplatz? Hey Easy Gamer, was machst du denn hier? Heißt der Easy Gamer? Ne. Oh, oh. Guck mich nicht so niedlich an. Was ist denn das hier? Was steht da? Party Service. Party Service. Ach, okay. Alter, warten Big Mac. Guck dich den mal an. Was ist das hier? Nächste Woche Konzert. Ah, ach so. Okay. Das ist, ja, so ein Konzertbereich hier. Das verstehe ich. Hier wird gerade alles aufgebaut. Ah, ja. Jetzt finde ich das logisch. Cool. Und die Boxen und so. Ja, geil. Geil gemacht auf jeden Fall. Kann man machen. Schön. Jetzt kommen wir nochmal zu einem auch kleinen Highlight. Ein kleines Highlight in MyCity. Dieses schöne Hochhaus. Zieht euch das mal rein. Das finde ich sehr gut gelungen. Machen wir mal den roten Balken weg. Der stört ein bisschen. Gut. Was steht da? Wollte das Hotel einrichten, aber es wäre zu anstrengend. Nein. Ich habe dir gesagt, du brauchst das nicht machen. Das ist komplett in Ordnung. Das ist komplett in Ordnung. Das brauchst du nicht einrichten. Das ist schon komplett in Ordnung so. Ja, auf jeden Fall gefällt mir die Form sehr gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Wisst ihr was? Ich habe gerade keinen Bock, mal weiter aufzudämmen. Ich mache mal ein Folgenpäuschen, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von MyCity3 wieder. Wie der Junge sich jetzt ärgert, wo ich gerade sein Hochhaus vorstellen wollte. Sorry. Das werde ich in der nächsten Folge tun. Lasst ein Like da. Tschüss.